Kann ich den verschieben? Bringt der mir sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Oh, wer bist du denn, Alter? Alter! Alter, verdammt, was war das denn für einer? Okay. 400 noch was Taler. Wir sind ja auch nicht ganz unwichtig. So, Magiepunkte sind komplett aufgebraucht. Feurering! Okay. Okay. Alter, wer feuert, äh, wer zaubert denn hier? Pyro, was? Pyrosplitter? Pyrosplitter einfach nur, oder? Ähm, okay, Donald kann ich anscheinend nicht helfen. Der ist gerade besiegt worden. Hm. Ich bin schon durch den Potion, aber... Da ist er ja wieder. Pyrosplitter. Alter! Jetzt ist aber gut. Okay. So, jetzt geht's hier wesens lang. Und zwar Tee-Party-Garten. Oh. Sehr schön. Die Tee-Party vom verrückten Hutmacher. Da geht's ins Wunderzimmer. Das will ich aber gar nicht. Aber ich muss anscheinend. Hm. Ja, da oben ist eine Kiste. Das ist sehr schön. Oh, was ist da? Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Hm. Okay, ich kann noch nichts anderes auswählen. Hm. Gucken, kann ich da hoch? Nee. So. Nee. Na, komm, dann ins Wunderzimmer. Was gibt's da? Sie verstecken sich irgendwo. Die Mummenred ausgraben. Mummenred. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Die Mummenred ausgraben und das Licht anmachen. Ruckensplitter. Die kann man doch bestimmt auch verkaufen. Das fällt mir grad so ein. Oh, hallo. Ach, das Blaue ist bestimmt MP. Mann, das merke ich jetzt erst. Wo ist denn der Dicke? Hier? Ot private. Oh. Pass. St contratten. Denken. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Ha. Oh. Oder auch nicht MP, hm. Hä? Hm. Das habe ich bei dem jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber gut. Herztribunal. Nein, da will ich nicht hin. So, wir sollen die Lichter anmachen, sagst du. Was sind denn das für Dinger? Hm. Hüpp. Sag mal. Hm, komme ich von hier dahin? Ja. Hm? Es ist nicht hell genug. Ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Okay. Alle Lichter sind an. Gleich seht ihr die Schatten. Die sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf. Mhm. Okay, in diesem Raum, aber nicht hier. Herr Knauf, der ist ja, das ist ja bestimmt der, äh, im Wunderzimmer, ne? Mehr gibt's hier auch nicht. Ergo, gehen wir, gucken wir jetzt mal, was hier passiert. Zack. Oh. Hier gibt's Radgummi. Mhm. So, einmal speichern. Ah. Also ich muss ja echt sagen, ich bereue es, dass ich das nicht früher schon gespielt habe. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht. Das macht echt, auch wenn die Grafik, die wurde überarbeitet, alles schick HD, ne? Aber, ne, ist ein bisschen altbacken, aber trotzdem. Das ist echt, das ist geil. Die Schatten sollten bald hier sein. Seid ihr auf der Schlimmste gefasst? Wenn nicht, Pech gehabt. Oh, Endpost-Time. Endpost-Time. Okay. Huh. Mhm. Wer bist du denn, Alter? Woa. Woa. Fire! Fire! Huh. Huh. See ya. Okay, vielleicht kann ich vielleicht von irgendwo, von einer erhöhten Position. Wobei, ich habe ja vorhin Eis gekriegt, das heißt ja, wahrscheinlich ist er sogar nicht Eis... Alter, der Stuhl ist kaputt! Das ist sogar nicht eisempfindlich. Oh, das ist so schön. oh, fuck oh, schnull kaputt, shit okay, keine magie mehr hmm okay okay Okay, Donald macht nämlich auch Eis, wie ich das richtig gesehen habe. Oh, fuck. Shit. Wow, hallo. Mega, Alter, was soll denn das jetzt? Oh Gott, ich kann nicht aufs Menü zugreifen. Fuck. Okay. So, Keule, guck mal. Oh, ran hier, Alter. Fein! Hmm, verdammt. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht, bla bla bla. Okay. Hmm, kann ich das überspringen? Nee, ne? Schatten soll klimatieren, wenn nicht, Pech gehabt. Überspringen. Hm? Oh. Okay. So, wieder auf den Stuhl raus. 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 Okay. So, wieder auf den Stuhl raus. 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 Oh nein! Fuck! Alter! Das ist ja schon ein bisschen lästig. Hm. Bla, bla, bla. So, jetzt erst mal Items. Zorba. Tauschen. Drohe. Potion. Tauschen. Potion. Mega-Ather. Aufgeschissen. Ähm. Potion. Halt um 60 LP. High Potion. So. Mann. Tauschen. Äh. Potion. Goofi kann 5 tragen. Alter! Tauschen. Ähm. Einmal Äther. Einmal High Potion. Ähm. Elixier. Vollständige Heilung. Boah. Elixier. Warum nicht? Oh. Oh. Halt. Raus. Ah. Dann komme ich automatisch in die Truhe. Toll. Das ist ja einfach. Das Äther. So. Hm. 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 Ah. Bla, bla, bla. So. Einmal überspringen bitte. Ich nehme. Mitfeind zu empfuren. Herz Clothes. dass ich jeden Tag ge力, Untertitelung. BR 2018 Oh, war's das? Gott sei Dank. Puh, guten Abend. An den Chat. Alter, gegen der Meer auf den Sack. Boah. Boah, ich frage mich, was das später noch wird. Lammenweil erhalten. Okay. What a racket. How's a doorknob to get in his sleep? Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Hä? Dieser Gummistein ist nicht für die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navigumini erhalten. Okay. Ausgezeichnet. Du bist ein Held. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein! Zurück zum Gummijet. Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt und zum Schiff zurückzukehren. Mhm. Vielen Dank.